Da sind wir im letzten Part gewesen, auf jeden Fall sind wir hier angelangt, ähm, wir wollen, ähm, was wollen wir nochmal? Ja, im letzten Part habe ich über die Videos von Forever Player gesprochen und wie das jetzt ist und, ja, und ich bin etwas enttäuscht von euch, ich mache jetzt hier kurz die Pause, weil ich gebe mir auf jeden Fall relativ viel Mühe, dass relativ gute Parts hochkommen. Ja, und ihr wollt immer nur das eine und Forever Players Videos anschauen, ähm, da die nicht so toll sind wie meine. Das habe ich schon bemerkt, ja. Oh Mann, falls ihr den letzten Part gesehen habt, hier haben wir ganz schön zu kämpfen, wegen den Säcken, die uns hier verfolgen. Ja, und das sind mal wieder so bescheute Polizisten. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt hier fahre, weil ich einfach nur total abgelenkt bin. Dankeschön. Oh, hier den Van vielleicht. Ähm. Vielleicht sollte man ein paar Drive-Bys machen. Also, Drive-By heißt, ähm, er wäre im Fahren aus dem Auto rausschießen. Was man ja in dem Spiel relativ gut machen sollte. Äh, gut ist. Und ziemlich praktisch, weil man das ja in den meisten Spielen jetzt nicht machen kann. Auf jeden Fall, ähm, bin ich, ich bin jetzt schon etwas enttäuscht von euch. Weil ich ja täglich, nein, nicht täglich, aber wirklich schon Wochen, fast jedes Wochenende so um die sechs Parts hochladen, hochladen, die ihr euch dann auch anschauen könnt. Aber euch die gar nicht interessieren. Und das ist das Problem. Versteht ihr? Ich geb mir Mühe. Ihr wollt immer nur das eine und bescheuerte Parts von, wo, ähm, Forever Player irgendwie... Hey Leute, Forever Player hier. Ich hab heute das MG dabei in der Tasche. Und ja, die Pistole ist auch gerade dran. Versteht ihr? Das kann ich auch machen. Nur dann ist es halt nicht... Es ist halt mal wieder irgendwelche bescheuerte Abklatsche von irgendeinem, der nicht gute Videos macht. Und das möchte ich nicht. Versteht ihr? Ich kann auch dumme Sachen machen in meinen Videos. Zum Beispiel hab ich vorgeschlagen, wie wär's? Machen wir mal so Chaos-Folgen, wo ich einfach jegliche Menschen auf der Straße abknall. Ja, aber niemand hat geantwortet. Und wenn ich schon... Ich hab ja eine Seite auf Facebook, die ich auch ziemlich häufig was da drauf post. Ähm, aber niemand irgendwie was sie anschaut. Versteht ihr? Und das find ich halt schon ein bisschen blöd. Und wie gesagt, ich geb mir Mühe. Forever Player gibt sie nicht. Und ihr mögt seine Videos lieber als meine. Und das bringt mich halt auch zum Nachdenken, ob ich jetzt wirklich aufhören sollte oder... Nein! Oder nicht. Weil ich mach schon scheiße hier in meinen Videos. Aber halt nicht so eine Scheiße wie er. Versteht ihr? Oh, 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 oh. Kolumbi-Kalne schätze. Ah, Kartell! Ne, ich schau mich nicht so an. Du Sack. Lass mich durch hier. Gib mir den Esperanto. Esperanto, bitte. Okay, den haben wir. Wir haben uns geklaut und mal wieder in der Aufnahme relativ blau hier. Es liegt aber auch an den Tageszeiten in dem Spiel. Deshalb ist es so blau. Versteht ihr? Wenn ich jetzt sowas wie... Uah! Mach. Also sowas wie... White City. Dann würde es überhaupt nicht blau sein, weil das Spiel an sich nicht dunkel ist. Wollen die mich verarschen hier? Leck mich an den Koronis! Lass mich in Ruhe! Okay, die waren da festgebracht. Ich geb mir Mühe! Geht weg, Polizei! Geht weg, Polizei! Geht weg, Polizei! Geht weg, Polizei! Geh weg, Polizei! Geh weg, Polizei! Geht weg, Polizei! Geht in das nächste Auto gleich rein! Ja, weg da! Okay, er ist hinter mir! Wow, 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 wow! Das war nicht so hervorgesehen. But that's okay. Mir ist nichts passiert. Vielleicht mal ein Pain Spray fahren. Gerade konnte ich den ganz schön gut... So eine lange Mission hat man eigentlich noch gar... Wow, 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 wow. Was ist da passiert? Ey, ich bin verwirrt. Wohin fährt der eigentlich immer? Alter Schwede, die Polizisten sind auch besoffen. Weißt du, ich mach... Wisst ihr, meine ich, weißt du, sag ich auch schon wieder. Ich mach ja auch schon Parts mit TobiB wieder mal. Ich mach auch GTA 3. Ja, hier GTA 3. Seht ihr ja. Aber ich mach genauso, wie heißt das Spiel? FIFA 13. Für die meisten, die halt auch Fußball mögen. Ich das Spiel mag, weil es gut ist. Hab ich mir gedacht, mach doch mal für meine Zuschauer hier FIFA 13. Hat gerade mal vier Aufrufe, 14 Aufrufe am ersten Tag. Ist zwar gut. Nein! Nein! Ich würde mal sagen, wir sollten schon Bobcat holen. Weil, ähm, vier Folgen lang, nur die gleiche Mission. Naja, ich mach auch brutale Spiele. Nicht nur hier Nova. Nova finde ich nämlich sehr langweilig. Ähm, aber, ja, ich geb mir wirklich Mühe. Und wenn ihr schon irgendwie mir Fragen stellt, was ihr mal machen soll, dann mach ich das gerne. Ich geh, ich geh auch gern auf was ein. Aber wenn ihr immer nur das gleiche wollt, Nova 3, was ich nicht ganz hell spielen werde, äh, das könnt ihr euch in den Arsch schieben. Das werde ich ganz sicher nicht machen. Weil es eigentlich einfach total langweilig ist, nach meiner Meinung nach. Ja, sind Teile, das ist gut. Den nehmen wir mit. Vielleicht können wir ja Drive-By machen, wie ich schon vor ein paar Folgen gesagt hab. Oder war das die erste Folge? Wow. Nicht die erste Folge, also die erste Folge heute Aufnahme. Ja, ich ne... Ich nehm heute auch bei meiner Oma auf. Es kann sein, dass da alles sehr ruhig wird. Wenn mein Opa jetzt nicht reingestürmt kommt und irgendwie Ulle, 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 Ulle schreit. Was er wahrscheinlich nicht machen wird. Versteht ihr? Also ich, ich geb mir persönlich, hab ich mir als Ziel genommen, 100 Videos, ähm, dieses Jahr hochzuladen auf unseren Kanal. Oder auch auf den Kanal von meinem Freund, weil ich den jetzt auch benutzen werde für meine Videos. Weil ich finde, wenn ihr meine Videos schon gar nicht mehr anschaut, wirklich, und immer nur Forever Players anschaut, dann kann ich auch zu einem anderen Kanal gehen. Wo ich jetzt auch brutale Spiele spiele. So ist es nicht... Ja, verpisst euch, ihr Säcke. Es gab auch mal so eine ähnliche Mission in GTA Vice City. Vielleicht muss man es ja auch so machen. So wie ich das damals gemacht habe in Vice City. Nein! Jetzt sagt nicht, ich bin... Okay. Ja, ihr müsst einfach nur aussprechen, was ich machen soll. Aber soll nicht nur immer Nova 3. Weil das ist langweilig. Weißt du, die meisten haben die Möglichkeit... Weißt du, schon wieder. Wisst ihr, die meisten haben die Möglichkeit, selbst das Spiel zu spielen. Aber wollen von Forever Player dann ein Video sehen, wo er seine Scheiße labert. Weil ich gebe mir gerne Mühe für die, die das auch anschauen. TobiB zum Beispiel schaut gerne Videos von mir, genauso aber auch von Forever Player. Ich sage jetzt auch nicht damit, ihr dürft jetzt keine Videos mehr von Forever Player anschauen. Nee. Aber mir wäre es sehr lieb, wenn ihr auch mal was von mir anschauen würdet. Weil ich mir genauso Mühe gebe. Sogar vielleicht noch etwas mehr. Das weiß ich ja nicht. Ob ich mir jetzt etwas weniger oder etwas mehr Mühe gebe, ist ja im Großen und Ganzen egal. Hauptsache eben... Mir wäre es sehr lieb, wenn ihr auch meine Videos anschauen würdet. Weil mich macht das zum Teil auch wirklich traurig. Und jetzt möchte ich nicht in den Kommentaren sagen, heul doch. Oder sowas, weil ich finde es einfach scheiße, wenn ihr hier Videos anschauen wollt von uns. Aber immer nur sagt, ja von euch kommt ja gar nichts mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Weil ich immer versuche eigentlich, gute Videos hochzuladen. Die nicht immer nur das... Willst du mich verarschen? Der hat einen Fehler gemacht und jetzt muss ich dafür bluten. Habt ihr das gerade eben gesehen? Der ist reingefallen ins Wasser. Ich hab den noch nicht mal angeschuckt oder so. Also dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Wo wir dann diese Mission nochmal machen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so... Nicht so ein Scheiß wird, wie... Ich das jetzt gemacht hab gerade eben. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann werden wir über dieses Thema weiter diskutieren. Wegen Forever Player und jetzt... Ob ich jetzt zum Kanal wechsel oder wie auch immer. Aber würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum Mal.